Hallo, servus, da ist wieder der Bernhard, dein Winzer aus Dras Mauer. Ich melde mich wieder von der Genusskellerei am Venusberg. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ich möchte dir heute etwas über unsere Weinerlebnis-Seminare erzählen. Unsere Weinerlebnis-Seminare finden in folgender Weise statt. Je nach Witterung fahren wir durch die Weinrieden im Dreisental. Dann bieten wir hier in unserer Genusskellerei eine geführte Kellerbesichtigung an. In einem unserer Keller befinden wir uns jetzt gerade in unserem Präsentationskeller. Und anschließend gibt es in unserem Weinerlebnis-Seminare eine geführte Weinverkostung. Begleitend wird einige Spezialitäten aus dem Dreisental. Ein Teil unseres Weinerlebnis-Seminare ist auch die Produktion und die Verkostung von Orangewein. Unser nächstes Video möchte ich gerne über genau diesen Orangewein widmen. Ich hoffe, es hat dir unser Video heute wieder gefallen. Gerne freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch jedes Mal über einen Kommentar von dir. Und schön, dass du wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.